Wie wird man eigentlich erfolgreich? Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. In diesem Video gebe ich dir die sieben Dinge mit, mit denen ich es geschafft habe, vom normalen Angestellten bei McDonalds, dann in der Produktion bei Daimler-Benz zum Millionär zu werden. Erstmal herzlich willkommen zu meinem Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Niklas Spielmeier und ich habe bis 2017 ganz normal 9-to-5 gearbeitet, beziehungsweise ich habe in der Dauernachtschicht gearbeitet in Bremen bei Mercedes-Benz und habe dort Autos gebaut. 2018 und dann Mitte 2019 habe ich das erste Mal mich selbstständig gemacht und das allererste Mal es geschafft, nach zwei Jahren, also zwischen 2017 und 2019, eine Million Euro zu machen. Mittlerweile habe ich über fünf Unternehmen aufgebaut. Ich habe dieses Jahr, beziehungsweise jetzt ist es ja 2023, letztes Jahr, über 12 Millionen Euro Umsatz generiert. Mittlerweile ein richtig großes Team aufgebaut aus über 70 Vollzeit-Mitarbeitern. Und all das hat bei mir zu Hause an meinem Schreibtisch mit einem ganz einfachen nebenberuflichen Business gestartet. In diesem Video möchte ich dir die sieben Dinge mitgeben, die sich in meinem Leben ändern mussten, damit ich ohne reiche Eltern, ohne irgendeinen Unternehmer-Background in der Lage war, von einem ganz normalen Menschen zu jemandem zu werden, der wirklich erfolgreich ist und der wirklich viel Geld verdient und wirklich seine Ziele erreicht. Viel Spaß mit dem Video. Schau dir unbedingt alle sieben Punkte an, wenn du auch dieses Jahr dein eigenes Business erfolgreich aufbauen willst. Punkt Nummer eins war die Entscheidung Go Pro. Bedeutet für mich, nicht länger an der Oberfläche zu kratzen, sondern in die Tiefe zu gehen, rauszukommen aus dem Vergleichen und rein eine Entscheidung zu treffen und mich für eine Sache, einen Weg, ein Vehikel wirklich zu committen. Das bedeutet, wie du vielleicht selbst aktuell in der Findungsphase bist und dich informierst, wie kann man Geld verdienen, was kann man machen, welche Geschäftsmodelle gibt es und so weiter und so fort. Soll ich Aktien kaufen, soll ich Krypto kaufen, soll ich ein Business aufmachen, soll ich ein hauptberufliches Business machen, wie viele Stunden soll ich arbeiten und, und, und. All das sind wirklich wichtige Entscheidungen auf dem Weg zum Erfolg und ich habe selbst fast ein Jahr lang gebraucht, überhaupt mal für mich zu entscheiden, was ich überhaupt machen will. Bedeutet, in der Zeit davor war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, Informationen zu sammeln, was für Möglichkeiten gibt es, Dinge gegeneinander abzuwägen und gleichzeitig nie wirklich mit irgendetwas zu starten. Und wer nie wirklich mit irgendetwas startet, wird auch nie wirklich mit irgendetwas erfolgreich. Das bedeutet, es ist unglaublich wichtig, frühstmöglich hinzugehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal einen Weg. Du kannst das Ganze vergleichen mit der Entscheidung, wenn du vor einem Chipsregal stehst. Es gibt 200 verschiedene Chipsverpackungen und du stehst davor und überlegst, welche dieser Chipsverpackungen du am Ende des Tages auswählst. Du musst dich einfach entscheiden, du musst eine Sache nehmen, die dir erstmal schmeckt und die erstmal gut aussieht für dich und diesen Weg dann wirklich gehen, denn ansonsten stehst du jahrelang davor und vielleicht sind dann alle Chipsverpackungen vergriffen beziehungsweise du kommst nie wirklich ins Handeln. Das Wort Commitment ist unglaublich wichtig dabei, denn ich habe, wie gesagt, ein Jahr lang gebraucht, um mich wirklich zu entscheiden und habe erst, als ich angefangen habe, mich zu committen, das ist ein englisches Wort, was im Grunde genommen das Gegenteil bedeutet von einem aufgesetzten Zwang. Ein Commitment bedeutet, dass man sich selbst gegenüber einer Sache verpflichten will. Also aus freien Stücken etwas starten, von dem du natürlich weißt, Business aufbauen, erfolgreich werden, das wird natürlich Arbeit und Zeit fressen, das wird Kopfschmerzen für dich produzieren, aber du entscheidest dich nicht nur, ich möchte das machen, sondern im Grunde genommen zwingst du dich selbst dazu, eine Sache wirklich durchzuziehen. Das ist mein erstes Learning und das solltest du unbedingt umsetzen. Punkt Nummer 2, umsetzen statt Prokrastination. Videos schauen, Bücher lesen, Podcasts sich anschauen ist nicht produktiv sein oder umsetzen, sondern es ist konsumieren. Es ist unglaublich wichtig, dass du früher oder später verstehst, dass dich das Anschauen von Videos oder Büchern zwar in einer gewissen Art und Weise vielleicht inspirieren oder auch intelligenter beziehungsweise dir Know-how aneignen kannst damit, dass es dich aber auf dem Weg zum Erfolg nur in der Theorie voranbringt, nicht aber in der Praxis. Bücher lesen ist nicht das gleiche wie den Trigger zu ziehen. Das ist das, was du tun musst. Du musst früher oder später Dinge machen, produzieren statt nur konsumieren. Damit möchte ich nicht sagen, dass es dumm ist, Bücher zu lesen zum Thema Business, Geschäftsaufbau, Seminare zu besuchen, dass es dumm ist, Videos zu schauen. Ganz und gar nicht. Natürlich musst du dir in irgendeiner Art und Weise auch Wissen aneignen. Die meisten Menschen und wahrscheinlich auch du neigen aber dazu, viel zu viel Wissen zu konsumieren und gleichzeitig viel zu wenig von diesen Dingen, die man konsumiert, auch in die Tat umzusetzen. Ich selbst habe, als ich mein Business gestartet habe, damals bei mir am Schreibtisch, jeden Tag meine Konsumzeit von Informationen und Wissen auf zwei Stunden begrenzt und damit hatte ich sozusagen jede Menge Zeit auch zu produzieren und bin dadurch erst mal überhaupt auf die Idee gekommen, auch mal was mit den ganzen Informationen aus dem Internet zu machen. Das bedeutet beispielsweise, ein Gewerbe anzumelden. Das sind Dinge, die musst du so oder so tun. Oder auch mal, zumindest wenn du Wissen konsumieren möchtest, mal auf die nächste Ebene zu gehen. Viele Leute schauen immer nur Videos oder lesen immer nur Bücher. Es ist aber eine sehr passive Form der Wissensaufnahme. Man kann das im Grunde genommen so sagen, dass du keine Möglichkeit hast, dich auszutauschen. Das ist, by the way, auch der dritte Punkt, auf den ich gleich eingehen werde. Aber deswegen empfehle ich dir beispielsweise mal, Seminare zu besuchen. Also mal irgendwo vor Ort live dabei zu sein, andere erfolgreiche Leute zu treffen. Beispielsweise veranstalten wir, klar, zum Thema Amazon FBA, wie man im E-Commerce ein erfolgreiches Business aufbaut, regelmäßige Events, zum Beispiel am 3. und 4. Februar, unser nächstes Event in der Motor World in Köln, mit knapp über 500 Menschen, die dort dabei sein werden. Und im Grunde genommen, mit denen man gemeinsam dann in zwei Tagen das Fundament eines Businesses lernt, mit dem man wirklich in ein bis zwei Jahren finanziell unabhängig und dann auch wirklich frei werden kann. Also, ganz wichtiger Punkt, nicht immer nur konsumieren, sondern anfangen zu produzieren. Drittes Learning, zusammen statt alleine. Austauschen statt Einsamkeit. Es ist ganz wichtig, dass du ab einem gewissen Punkt, gerade wenn du nicht aus einem Unternehmerumfeld kommst oder super viele Leute in einem Freundeskreis hast, mit denen du dich intensiv wirklich zu dem Thema Geld verdienen, Business aufbauen, Persönlichkeitsentwicklung austauschen kannst, das mit Leuten tust. Denn dein Gehirn ist so einfach die ganze Zeit nur auf diesen Konsum, aber nie wirklich auf diesen Austausch, nie wirklich auf die Interaktion, von der wir Menschen nun mal leben. Wir sind einfach lebendiger, unser Gehirn ist aktiver, wenn wir uns im Austausch mit anderen Menschen befinden. Du kennst das bestimmt, wenn du einfach nur alleine ein Fußballspiel schaust oder wenn du vielleicht mit anderen Leuten zusammen ein Fußballspiel schaust, ist es viel intensiver in der Regel. Oder wenn du dich mit Leuten dann dazu austauschst. Und das ist unglaublich wichtig, gerade auch im Business. Deswegen an dieser Stelle, wer sind die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Und hast du überhaupt Freunde oder Menschen, mit denen du zumindest mal Kontakt hast, die wirklich super erfolgreich sind? Also Leute, die dich inspirieren, Leute, die dir das Gefühl geben, dass Erfolg, Millionen zu verdienen, Hunderttausende zu verdienen, Zehn Millionen zu verdienen, erstmal realistisch ist und in greifbarer Nähe ist. Denn das ist durch solche Videos teilweise nicht gegeben. Und du bekommst, so wie ich das damals hatte, erstmal dieses Gefühl, wenn du das allererste Mal wirklich dich mit erfolgreichen Menschen eins zu eins auch austauschen kannst. Deswegen auch an dieser Stelle nochmal, geh zu Seminaren und Events, wenn du die Leute nicht kennst, beziehungsweise niemanden in deinem Umfeld hast oder nur ganz wenig Leute in deinem Umfeld hast, geh in Coachings rein, lass dich unterstützen von Leuten, die schon da sind, wo du jetzt bist. Ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe damals für über 14.000 US-Dollar, damals in den USA, mein allererstes Training gebucht. Ich habe super viele Seminare besucht. Um einfach Menschen kennenzulernen, die tatsächlich Millionen verdienen und das hatten, wo ich unbedingt hin wollte. Learning Nummer 4, Überzeugung und freier Wille, der wirkliche Drang statt Motivation und Disziplin. Egal, wo ich damals eigentlich Bücher gelesen habe oder teilweise auch Videos geschaut habe, die meisten Leute haben immer davon gesprochen, wie wichtig es ist, motiviert zu sein und gleichzeitig auch, wie wichtig es ist, diszipliniert zu sein. Klar spielen Motivation und Disziplin eine gewisse Rolle auf dem Weg zum Erfolg, aber eine viel geringere, als du jetzt vielleicht gerade glaubst. Motivation ist immer eine Sache, die kommt und geht. Du kannst gar nicht immer motiviert sein. Ich selbst bin auch nicht immer motiviert. Ich stehe auch mal morgens auf und bin irgendwie schlecht geraunt oder sonst was oder habe nicht mega viel Lust zu arbeiten. Zweiter Punkt, du kannst auch nicht immer diszipliniert sein. Nein, ganz ehrlich, das ist ein absoluter Trugschluss. Egal, wie diszipliniert du bist, Disziplin alleine kann dich nicht erfolgreich machen. Vielleicht hast du dir selbst schon mal irgendwelche Sachen vorgenommen, wie beispielsweise mehr Sport zu machen, abzunehmen, eine bestimmte Tagesroutine zu folgen, jeden Tag irgendetwas Bestimmtes zu tun und hast es dann vielleicht zwei, drei Tage durchgehalten und dann ist es wieder im Sand verlaufen. Vielleicht hast du es auch ein, zwei Wochen geschafft. Vielleicht hast du es sogar mal drei oder vier Monate geschafft, aber es ist super schwierig, etwas disziplintechnisch über mehrere Jahre durchzuziehen. Was viel einfacher ist und mit dem man arbeiten sollte, ist der unbedingte Wille, also der freie Wille, etwas tun zu wollen. Bedeutet also, wenn du jeden Tag ins Fitnessstudio gehen möchtest und einen super krassen Körper bekommen willst, dann darf das nicht auf Motivation und Disziplin aufbauen, sondern auf dem innerlichen Drang, den krassesten Körper zu haben. Es muss dir Spaß machen zu trainieren. Du musst dich darauf freuen zu trainieren und wenn das stark genug ist, ist es eine Emotion, die so gut wie jeden Tag wieder hervorrufbar ist. Genau das Gleiche musst du schaffen mit deiner Arbeit beziehungsweise eben dem Bereich, in dem du dich selbstständig machst, in dem du dein eigenes Business aufbauen willst. Wenn dir das Ganze keinen Spaß macht, wenn das sozusagen einfach nur ein goldenes Hamsterrad ist, dann wird es super schwierig, überhaupt mal ernsthafte Erfolge damit zu erzielen. Ich zum Beispiel habe damals neben meinem Hauptberuf immer nach der Arbeit oder teilweise auch vor der Arbeit, dadurch, dass ich halt Nachtschicht hatte, gearbeitet. und klar war man da auch an der einen oder anderen Stelle mal erschöpft, aber dieser Grind und Hustle, den ich damals sozusagen entwickelt habe, hat sich auch immer geil angefühlt. Ich war stolz darauf. Ich habe eine Identität darauf aufgebaut, dass ich plötzlich nicht mehr so wie in den Jahren davor eher der faule Typ war, der, keine Ahnung, keine Lust hatte, den Müll rauszubringen oder seine Hausaufgaben damals in der Schule zu machen oder irgendwie groß für irgendwelche Sachen zu lernen, zu dem Typen, der an seinem eigenen Business jeden Tag hart arbeitet. Und deswegen habe ich es auch geschafft, eigentlich von 0 auf 100 das zu schaffen, ohne jeden Tag motiviert sein zu müssen oder mich jeden Tag dazu zu überwinden. Denn das wird alleine nicht ausreichen. Und wie schaffst du das? Wirklich, ja, dich jeden Tag darauf zu zahlen zu freuen, das erfährst du jetzt in Learning Nummer 5. Und zwar ist das, jeden Tag voranzukommen. Auch wenn das schwer scheint, gerade wenn du nebenberuflich dein eigenes Business aufbaust, ist es unglaublich wichtig, dass du jeden Tag etwas tust und dir selbst signalisierst, dass immer und jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, du weißt, wenn ich abends ins Bett gehe, bin ich meinen Zielen und Träumen ein Stückchen näher gekommen. Und wie schaffst du es, jeden Tag wirklich etwas zu tun, um voranzukommen, selbst wenn es nur kleine Arbeitsabschnitte sind von vielleicht ein oder zwei Stunden, beispielsweise bei Amazon, vielleicht suchst du nur zwei Stunden Produkte, vielleicht kommunizierst du einfach ein bisschen mit deinem Hersteller. Ganz egal, in welchem Bereich du tätig bist, aber es ist unglaublich wichtig, das kontinuierlich zu tun. Und das schaffst du wirklich nur, wenn du dir jeden Tag, das war bei mir zu 100% so, in den Kopf und ins Bewusstsein rufst, warum du das überhaupt machst. Wir Menschen, unser Gehirn ist grundsätzlich komplett auf ein Warum gepolt. Das bedeutet, wir brauchen eine Begründung, mit der wir selbst rechtfertigen, warum wir etwas tun. Niemand von uns tut etwas ohne Grund. Das heißt, wir tun Dinge aus Spaß, um einen Schmerz zu vermeiden, um ein Ziel zu erreichen, um eine bestimmte Identität oder Ansehen in der Gesellschaft zu haben, um eins unserer Bedürfnisse zu befriedigen und, und, und. Wir tun nichts, ohne ein Warum zu haben. Und gerade, wenn du dich selbstständig machst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du von Tag 1 super viel Geld verdienst und von Tag 1 sich dein ganzes Leben komplett ändert. Du dementsprechend meistens mehrere Monate erst einmal an Arbeit investieren musst, bevor du wirklich Resultate siehst. Und deswegen ist es wichtig, sich an deinen Zielen festzuhalten. Meiner Meinung nach ist es deswegen unverzichtbar, sich ständig mit dem zu beschäftigen, wofür man etwas tut. Und bei mir war das damals relativ einfach. Ich habe damals nie meine Ziele aufgeschrieben, kann ich heutzutage auch empfehlen. Ich habe damals zum Beispiel ein großes Ziel verfolgt, reisen zu können. Ich war noch sehr jung, ich habe mich mit 19 selbstständig gemacht, bedeutet also, ich hatte keine Verantwortung, damals noch keine Familie und, und, und. Das heißt, ich konnte im Grunde genommen den ganzen Tag machen, was ich will und ich wollte arbeiten von überall aus auf der Welt, aus Asien, den USA und so weiter und so fort und ich wollte die Welt entdecken und reisen, während ich reich werde. So, dieses Ziel habe ich damals auch erreicht und um es mir immer wieder vor Augen zu führen, habe ich damals zum Beispiel YouTube-Videos geschaut, nicht nur zum Thema Business, sondern wie Menschen leben und ihr Leben dokumentieren, die genau das haben, was ich haben wollte. So, das hat mich zum Beispiel extrem motiviert. Es kann auch sein, dass du beispielsweise, keine Ahnung, in irgendeiner Art und Weise vielleicht Ziele hast, ich will unbedingt keine Sorgen mehr einfach haben vor Geld oder ich möchte mein Traumhaus kaufen, mein Traumauto, ich möchte vielleicht auch die Welt bereisen, ich möchte vielleicht meiner Mutter ein Haus kaufen oder ein Auto schenken oder whatever, dann ist es immer sehr, sehr, sehr hilfreich, diese Ziele wirklich auch einfach aufzuschreiben und indem du das aufschreibst, rufst du es dir ins Unterbewusstsein und zwar nicht einmal, sondern jeden Tag aufs Neue. Und bitte schreibe vernünftige Ziele auf. Ein Ziel ist es nicht, finanziell unabhängig zu werden, erfolgreich zu sein oder reich zu sein. Das sind alles ganz theoretische Umschreibungen von etwas. Was bedeutet es, wenn du finanziell unabhängig bist? Was bringt dir das? Was ermöglicht es dir, in deinem Leben zu verändern, wenn du reich bist? Wie ist die Situation in dem Moment, wo du deiner Mom vielleicht ein Auto schenkst oder kaufen kannst oder deinem Kind was ermöglichen kannst, was du bisher nur von träumen konntest? Diesen Moment, sich vorzustellen und ganz genau aufzuschreiben, das sind wirkliche Ziele. So theoretische Sachen wie reich werden, erfolgreich werden, das sind Dinge, die ja jeder irgendwie auf einem Blatt Papier aufschreibt, die aber nicht konkret genug sind, um dich wirklich anzutreiben. Veränderung Nummer 6, die ich in meinem Leben vollziehen musste, um wirklich von 0 zu über 1 Million zu kommen, innerhalb von nur 2 Jahren, war es, meine Selbstständigkeit und mein Business nicht wie ein Hobby oder irgendein Fun-Projekt zu bearbeiten, sondern wirklich Routinen zu etablieren und das Ganze so zu sehen, als wäre es ein Job. Stell dir einfach vor, wenn du dich das erste Mal selbstständig machst, dass du eine ganz andere Art und Weise, wie du arbeitest, in deinem Leben etablieren musst. Denn es gibt außer dir selbst niemanden, der dich dazu bringen wird, zu arbeiten. Während du nicht einfach bei deinem Arbeitsplatz nicht erscheinen kannst oder unentschuldig fehlen kannst, da wird sofort jemand nachfragen und sagen, ey, entschuldigen Sie, warum kommen Sie nicht zur Arbeit, was ist da los und so weiter und so fort. Das heißt, es passiert auf einmal was, es gibt Konsequenzen, ist es in deiner Selbstständigkeit vermutlich sogar gegenteilig. Bedeutet also nicht, dass Menschen dich dazu bringen wollen, zu arbeiten, sondern gegenteilig eher davon abhalten wollen, indem sie dich fragen, hey, wollen wir nicht vielleicht irgendwas unternehmen, wollen wir nicht irgendwie was trinken gehen, wollen wir nicht einen Trip machen, irgendwas Cooles, uns treffen, ins Café gehen, Shisha, was auch immer. Das bedeutet, du bist auf einmal in einer anderen Situation, in der du dich selbst disziplinieren musst beziehungsweise selbst für dich feste Routinen und auch Zeiten am Tag festlegen musst, in denen du was für dein Business tust. Denn du bist jetzt dein eigener Chef. Dein eigener Chef zu sein, hört sich erstmal cool an, bedeutet aber auch, dass man in der Lage sein muss, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst und seine eigene Arbeit. Denn wenn du nicht bei der Selbstständigkeit und deinem Business zur Arbeit erscheinst, kannst du nicht erfolgreich sein, weil du kannst gar nicht vorankommen. Und Learning Nummer 7, was mich unglaublich krass gepusht hat und von dem ich früher dachte, dass es ganz anders funktioniert, ist das Thema Learning by Doing. Learning by Doing ist ein Konzept, was teilweise komplett falsch ist, nicht funktioniert und erst recht nicht funktioniert, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Es ist nicht das Ziel eines Selbstständigen, alles alleine herauszufinden oder so eine Art Try Hard zu sein. Also dieses, okay, entweder komme ich voran oder ich mache einen Fehler und lerne daraus. Das sind irgendwelche Motivationsreden aus irgendwelchen TikTok, Instagram Reels, die am Ende des Tages in der Realität, vor allem in der Selbstständigkeit, absolut nicht funktionieren. Fehler zu machen ist nichts Gutes. Es ist etwas, was man nicht vermeiden kann, aber es ist nicht das Ziel in einem Business, so viele Fehler wie möglich zu machen. Es ist das Ziel, so erfolgreich wie möglich zu werden. Denn man lernt aus Erfolgen immer mehr als aus Fehlern. Aus einem Fehler zu lernen bedeutet einfach nur einen Weg gefunden zu haben, wie es nicht funktioniert. Von Millionen von Möglichkeiten ist es eigentlich so gut wie gar nichts wert. Deswegen sagt man auch, kluge Leute lernen aus ihren eigenen Fehlern. Intelligente Menschen lernen aus den Fehlern anderer. Und genau das solltest du auch tun. Gerade wenn du in ein Business reingehst, wie die meisten Online-Businesse, wo du ja nicht der allererste Mensch bist, der das Ganze macht, bedeutet also, es gibt Menschen, die haben das vor dir gemacht, die haben die Fehler schon gemacht und du kannst einfach dir anschauen, was für Fehler haben sie gemacht und was für Learnings hatten sie aus diesen Fehlern und diese Fehler dir komplett einsparen und dementsprechend viel schneller vorankommen. So habe ich es geschafft, statt wie wahrscheinlich die meisten Menschen 10 oder 20 Jahre dafür zu brauchen, ihre erste Million zu machen, das Ganze in zwei Jahren geschafft. Indem ich damals zum Beispiel Coachings gekauft habe. Ich damals dachte mir, ey, jeder Coach ist Scammer. Ja, ich wusste nicht, dass es so super viele wirklich legitte Leute gibt, mit denen du zusammenarbeiten kannst, die dich an die Hand nehmen und wirklich dein Leben verändern können. Das war mir damals nicht bewusst, dass es das so in der Art und Weise gibt. Dass es Seminare gibt, an denen man an ein bis zwei Tagen mehr lernen kann, als gefühlt in einem Jahr Ausbildung oder Studium. mir war nicht bewusst, wie wertvoll die Ressource Zeit ist und gleichzeitig wie unwertvoll die Ressource Geld gegenüber ist. Als ich verstanden habe, dass es nicht darum geht, möglichst viele Fehler zu machen oder alles selbst herausfinden zu müssen, sondern, dass es darum geht, am Ende des Tages erfolgreich zu sein, Ergebnisse zu haben und dass der Weg dahin immer schneller geht, mit anderen Menschen beziehungsweise von anderen schon erfolgreichen Menschen zu lernen. Ich hätte wahrscheinlich es nie wirklich geschafft, überhaupt an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt stehe, weil ich vorher aufgegeben hätte, weil es so frustrierend ist, alles selbst herausfinden zu wollen. Und es ist auch absolut nicht lobenswert, das zu tun. Manche Leute haben das Ego aufgebaut, ich will alles alleine machen, ich will mir auf keinen Fall helfen lassen. Das ist eine Sache, das lernt man in der Schule. In der Schule wird dir beigebracht, hey, mach es alleine, schreib nicht ab, mach keine Gruppenarbeit. Setz dich hin und mach es alleine, recherchier nicht im Internet, guck nicht auf Wikipedia oder mit irgendwelcher AI, sondern mach alles alleine. Das ist eine Lernweise, die wir in der Schule beigebracht bekommen, die unglaublich falsch ist. Denn gerade erfolgreiche Unternehmer und Selbstständige tun immer eine Sache, sie holen sich Rat und Unterstützung, weil ihnen ihr Ego weniger wert ist, als am Ende des Tages der Erfolg. Deswegen an dieser Stelle nochmal meine Einladung an dich für die SellerCon am 3. und 4. Februar, wenn du dich selbstständig machen möchtest, im Bereich E-Commerce dich für das Thema Amazon FBA und verkaufen von eigenen Marken auf Amazon interessierst, dann solltest du unbedingt da hinkommen. Wir machen die Tickets immer extra günstig, damit wirklich jeder auch mit am Start sein kann und sich das Ganze gönnen kann und es keine Ausreden gibt. Oh mein Gott, ich kann nicht kommen, weil das Ticket ist ja so unglaublich teuer. Wenn man an zwei Tagen das Wissen und das Know-how vermittelt bekommt, was du da bekommst, zahlen andere Leute 2, 3, 4.000 Euro dafür. Du bekommst das Ganze schon ab 50 Euro. Das kostet nicht mehr so viel, glaube ich, wie heutzutage irgend so ein Konzert oder ähnliches. Also wirklich geile Empfehlung. Ich hoffe, das Video hat dich inspiriert und bringt dich weiter. Ich freue mich auf deine Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Mein Name ist Ligter Spielmeier. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg und ciao.